Präter 18. Ja, gut, ich habe 18.04 nicht probiert. Das ist doch nochmal. Ja, ja, ja. Kalender, genau. Das kann ja, wenn dann nur der 18.04 sein. Der 18.04. Der 4.18. habe ich probiert. Der 18.04. Der 18.04. 0.04. 0.04. Sehr gut. Feind, Mr. Hopp. Ja, ich drücke. Ja, nö, also... Schließen tut er doch nicht. Das ist jetzt ein bisschen unfassend. Das ist nicht gut. Wo kann ich den Sonnen noch schießen? Ja, wieso? Kann ich erst schießen, wenn ich... Ich will ihn doch finden. Er ist bei mir so. Alles klar. Wenn wir ihn finden wollen, dann können wir ihn ja wohl anlocken, ne? Das war nicht so gut. Ja, komm, ist doch wieder voll hier. Sehr schön. Da kommt doch da irgendwo so hekelgesprungen. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, ja, also Ziegeln. Ziegeln konnte ich nicht sehen. Okay. Oh, come and give you another big kiss. Großmutter wartet. Großmutter ist... Unrichtig habe ich da gerade gar nicht gesehen, scheiße. Jetzt darf ich mich da... Mies! Hä? Was? Okay, da brauche ich vielleicht einen... Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Oh, okay, ich glaube, da brauche ich dann den... Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Okay, ich glaube, da brauche ich dann den... Ender abschießen. Ach, abschießen! Ja! Darauf muss ich erst mal kommen. Oh, Alter, sind die leer gerade gehabt von dem Spring? Das ist ja wie Chucky, Alter! Alter! Hat das denn noch ein Ende, oder war es jetzt die zwei Möglichkeiten, weil... Äh... Naja, gut, was soll denn sonst noch passieren, ne? Es kann ja eigentlich... Es kann ja eigentlich nur sein, dass dann noch Mr. Off gewinnt, aber... Es wäre ja gleich mit dem Tod und dann würdest du hier von vorne beginnen, das heißt... Ist auf jeden Fall ein nettes Spiel. Ist ja sowieso kostenlos, also wenn ihr Bock darauf habt, holt's euch. Asuras Empfehlung und war ein guter Tipp. Ähm... Ja. Mehreren, glaubst du? So... Okay... Hm... Mache ich jetzt aber trotzdem mal Schluss für heute. Weil ich glaube, Alter, man hat es ja gemerkt, wie ich da nicht weiterkam oder zu schnell vorangegangen bin. Und, Alter, boah... Ich muss erst mal wieder richtig ausschlafen. Ja. Gut. Auf YouTube, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, spielt es selber. Äh... Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, äh... Über Indie-Spiele, die nicht so bekannt sind oder, äh... Die man unbedingt spielen muss, schreibt sie in die Kommentare. Und bis dahin, macht's gut, habt einen schönen guten Morgen, guten Abend und eine gute Nacht. ZE LAST Ja, sag mir, lust – dichern –